Zwangspause für Schwimmliebhaber. Die Lagune bleibt vorerst geschlossen. Seit dem Stromausfall gibt es einen technischen Defekt. Dieser ist doch größer als zunächst gedacht. Der Schwimmunterricht und das Vereinsschwimmen sind deshalb heute ausgefallen. Auch die Saunalandschaft bleibt geschlossen. Ob die Lagune morgen wieder öffnet, steht aktuell noch nicht fest. Klar ist aber, dass das Wellenbecken frühestens erst ab Samstag wieder genutzt werden kann. Untertitelung des ZDF, 2020